Also Ilja, dann mal Butter bei die Fische. Wechseln oder verlängern? Verlängern. Moin oder Trave? Moin. War das annähernd richtig ausgesprochen? Ja, Trave, ja. Schon gut. Rot-Weiß Erfurt oder Werder Bremen? Werder Bremen. Werder U17 oder Werder U19? Werder U17. Werder U17 oder Werder U23? Werder U17. Werder U17 oder Werder Profis? Werder Profis. Jokes with Names oder No Jokes with Names? Jokes with Names. Ilja Grujev oder Ilja Grujev? Ich nehme beide. Ilja Grujev, ja. Das ist, glaube ich, die einzige Frage, wo ich das gestatten kann, mit dem, dass du beide nimmst. Junior oder Senior? Junior. Ilja Grujev oder Mama Grujev? Weil der echt kreativ unterwegs. Danke. Das ist, kann ich keine Antwort treffen, das geht nicht. Ich nehme jetzt einfach, weil ich was nehmen muss, nehme ich jetzt einfach Mama Grujev, einfach so. Pascal Hackenthal oder Luca Pluckmann? Pascal, weil ich ihn schon viel länger kenne. Pascal Hackenthal oder David Philipp? Auch Pascal. Pascal oder Manuel Mbom? Ach, schwer. Ich nehme Manu, weil wir jetzt auch schon seit sechs, sieben Jahren zusammenspielen. Manuel Mbom oder Simon Straudi? Ui, 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 ui. Ja, das wird Manu verstehen, aber da muss ich leider meinen Bruder Simon Straudi nehmen. Simon Straudi oder Lionel Messi? Ich nehme den Straudi. Das ist die einzige richtige Antwort, wenn du mich fragst. Wer ist denn der bessere Kassenwart? Christian Groß oder Ilja Grujev? Ich, natürlich. Bulgarien oder Deutschland? Bulgarien. Bundesliga-Tor oder Tor in der U21-Nationalmannschaft? Bundesliga-Tor. Deutscher U17-Vizemeister oder Aufsteiger in die Bundesliga? Der Aufsteiger. 28 oder 6? Mittlerweile 28. 28 oder 8? 28. Offensiv oder defensiv? Eher defensiv. 6er oder 8er? 6. Startelf oder Joker? Natürlich die Startelf. Vorlage oder Tor? Ich nehme das Tor. Lauftraining oder Krafttraining? Ganz klar bei mir Lauftraining. Obwohl ich Kraft eher benötigen würde. Training um 5 Uhr morgens oder um 21 Uhr abends? 5 Uhr morgens. Lieber 1 zu 0 oder 5 zu 4? 5, 4. Titel ohne Einsatz oder Einsatz ohne Titel? Kommt drauf an, bei welchem Verein? Hier nehme ich den Titel ohne Einsatz. 5 gegen 2 oder Torschusstraining? 5 gegen 2. Köpfen oder runternehmen? Runternehmen. Ablaufen oder Grätschen? Grätschen. Das ist die perfekte Überleitung zur Frage. Gegentor oder Notbremse? Notbremse. Stadion oder Zuhause? Stadion. Das habe ich auch gehört bei L. Ja, natürlich. Du bist 24-7 hier quasi, habe ich gehört. Ich wohne hier. Das ist mein zweites Zuhause, beziehungsweise vielleicht sogar schon mein erstes Zuhause. Ich bin wahrscheinlich länger hier als zuhause. Viertel oder Schlachte, wenn du mal aus dem Stadion kommst? Viertel. Viertel oder Überseestadt? Viertel. Viertel oder Osterdeich? Viertel. Ich, das Viertel ist meine Heimat. Neben dem Stadion? Neben dem Stadion, genau. Die beiden, das war es dann auch schon. Internat oder eigene Wohnung? Internatzeit war echt schön hier, muss man sagen. Ich nehme mal die eigene Wohnung. Kochen oder bestellen? Ah, bestellen. Sommer oder Winter? Sommer. Meer oder Berge? Meer. Business oder sportlich? Beides, dann eher sportlich. Schwimmen oder segeln? Schwimmen. Videospiele oder Brettspiele? Mittlerweile Brettspiele. Was bestimmt das? Wir spielen extrem viel Wizard. Das geht auch an Marco direkt, weil er immer denkt, dass er der Beste ist. Aber das ist bezweifle ich stark. Döner mit Schaf oder ohne Schaf? Mit. Nutella mit Butter oder ohne Butter? Beides gut. Ähm, eher. Boah, lange nicht mehr gegessen. Ohne, ohne. Kaffee oder Tee? Tee. Unsichtbar sein oder in die Zukunft sehen? Unsichtbar sein, sonst wäre es ja langweilig. In die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen? Auch dann lieber in die Vergangenheit. Tattoo oder Piercing? Gar nichts vom Bein. Da kann ich nichts nehmen. Tattoo oder Piercing? Hm. Dann nehme ich so einen Punkt einfach, so ein Tattoo. So einen Punkt. An einer bestimmten Stelle oder? Irgendwo, wo man sich sieht. Ist nicht meins. Erst frühstücken oder erst Zähneputzen? Erst Zähneputzen. Ein Leben ohne Musik oder ein Leben ohne Fußball? Ohne Musik. Immer dunkel oder immer hell? Dann lieber hell. Zeitung oder Online-Medien? Zeitung. Sommerpause oder Winterpause? Sommerpause. Urlaub, City-Trip oder Strandurlaub? Strand. US-Sport, NFL oder NBA? Gucke ich beides eher nicht, aber dann NBA. Instagram oder TikTok? Nee, Instagram. Sky oder ARD? Sky. Sky oder The Zone? Schwer Bundesliga und Champions League. Ja, Bundesliga. Ja, Sky. Sky oder Werder TV? Sky. Werder TV, natürlich. Gerade nochmal die Kuh gefällt. Vielen Dank, das war's. Vielen Dank. So, jetzt habt ihr mein Butter bei die Fische gesehen. Wurde ja auch Zeit, muss ich sagen, ganz klein die Regie. Ist mein achtes Jahr. Dass es erst jetzt dazu kommt, ein bisschen fragwürdig. Wenn's euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne hier liken und hier abonnieren. Ich weiß nicht, das war wahrscheinlich falsch. Wie ging's nochmal? Ihr könnt gerne hier abonnieren und da natürlich weitere Videos von Werder TV gucken.